Suchen Sie nach einer zuverlässigen Partnervermittlung, um eine Frau zu finden? Wie viele Datingseiten haben Sie schon benutzt? Drei, fünf oder sogar zehn? Mit wie vielen Frauen haben Sie schon versucht, den Kontakt zu knüpfen? Sind Sie davon nicht müde? Lohnt es sich, so viel Zeit für einen sinnlosen Briefwechsel im Internet zu verschwenden? Ist es wirklich das, was Sie machen möchten? Wir denken nicht so. Wissen Sie, worin der Unterschied zwischen Dating und Partnervermittlung liegt? Wenn nein, werde ich jetzt versuchen, ein paar Beispiele anzuführen. Also wenn Sie jemanden online kennenlernen wollen, geben Sie Ihr Geld für den Briefwechsel aus und das Ergebnis davon ist völlig unklar. Denn was könnten Sie nur von den Fotos und aus dem Profil der Frau verstehen? Jeden Tag verbringen Sie zwei bis drei Stunden vor dem Bildschirm, in dem Sie die Frauen suchen und auf die Antworten der Online-Bräute warten. Und es soll nicht extra betont werden, dass solche Methoden Sie sehr oft zu nichts führen. Das ist die Sache, wegen der sich die meisten Kunden beschweren. Jetzt klären wir die Frage, wie kann man die richtige Wahl treffen? Was soll man fragen? Welcher Service kann Ihnen wirklich helfen, Ihre Traumfrau zu finden? Natürlich ist das die Partnervermittlung! Wuhu! Also, was ist die Partnervermittlung? Partnervermittlung, das ist ein persönlicher Zugang zu jedem Mann, indem man ihm hilft, die Frau, die den Kriterien seiner Suche entspricht, zu finden. Das bedeutet, dass wir die Kriterien und Charakteristiken des Mannes in Kauf nehmend, ihm seine potenzielle Frau finden. Ihre persönliche Charakteristiken und Suchkriterien berücksichtigend. Die meisten unserer Kunden haben an unserem Matchmaking-Programm teilgenommen und nach unseren Beobachtungen sind jetzt 95% von ihnen verheiratet. Also, von wem träumen Sie? Ist sie eine Blonde oder eine Brünette? Ist sie schlank? Ist sie eine sportliche Dame, die ihre Lieblingsaktivitäten mit ihnen teilt? Soll sie die Frau sein, die ihre Kinder akzeptiert und wie ihre eigenen behandelt? Oder vielleicht möchten sie eine reife und elegante Frau neben sich sehen? Sind sie eine schüchterne Person, für die es ein Problem ist, eine Frau kennenzulernen? Oder sind sie vielleicht ein sehr beschäftigter Geschäftsmann, der keine Zeit hat, nach einer passenden Kandidatin zu suchen? Träumen sie davon, dass wenn sie nach Hause kommen, trifft sie eine liebevolle und treue Frau? Best Matchmaking ist hier, um alle ihre Träume zu verwirklichen. Und wenn sie nach ernsten Beziehungen mit einer Frau suchen, die ihnen 100% passt, werden unsere professionellen Partnervermittler eine solche Frau für sie auswählen. Jetzt sprechen wir darüber, was sie noch aus dem individuellen Programm der Partnersuche bekommen werden. Ihr individuelles Programm der Partnersuche enthält Professionelle Betreuung und Coaching unserer Partnervermittler Per Skype, jeden Tag während der Arbeitszeit. Ihr Partnervermittler schafft für sie ein Archetyp der Frau, die ihnen ideal für diesen Moment ihres Lebens passen wird. Ihr Profil wird persönlich den von ihnen ausgewählten Frauen aus unserem Katalog angeboten. Was bedeutet, dass es jeder Frau individuell geschickt wird. Und das gibt ihnen mehr Chancen, ihre Traumfrau schneller zu finden. Dazu empfehlen wir ihr Profil den Frauen aus dem Katalog unserer Partner in Belarus. Sie werden genug Kredite für Briefwechsel und Skype-Sessions bekommen. Sie werden persönliche Kontakte der von ihnen ausgewählten Frau oder sogar der Frauen laut ihrem Matchmaking-Plan bekommen. Sie können dann außerhalb der Agentur ihre Kommunikation beginnen. Sind Sie daran interessiert? Jetzt fragen Sie sich vielleicht über den Preis. Dann sind Sie zu meiner kostenlosen Beratung willkommen. Wenn Sie den Link unter diesem Video klicken und ein kurzes Formular ausfüllen, was nur ein paar Sekunden dauert, dann wird Ihnen einer unserer Partnervermittler eine Sprechstunde per Skype oder WhatsApp anbieten. Und wir sprechen darüber, wie man echte Beziehungen bilden kann, wie man die richtige Partnerin auswählt und teilen mit ihnen gerne unsere Erfahrung. Wenn es für sie nicht nur ein Gespräch sein wird, wird das der erste Schritt in ihrer Partnersuche sein. Bis später! Bis später! Ciao! Bis später! Vielen Dank.